Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance und sind auf dem schnellsten Weg zum guten Timmy, nachdem wir die Verbrecher hier abgehängt haben. Meine Güte, war das ein Akt. Also kämpfen gegen die wäre definitiv das sinnloseste gewesen, was wir jemals hätten tun können. In dem Fall glaube ich schon, dass Weglaufen die bessere Alternative gewesen ist. Wir hätten uns auch ihnen anschließen können. Würde mich jetzt spontan auch natürlich interessieren, wie das denn aussieht, wenn wir uns ihnen anschließen. Aber, ja, ob das so eine gute Idee ist nachhaltig, ich weiß es nicht. Also ich bin sicher, der Herr Ratzig wird ja auch irgendwann davon erfahren oder die örtlichen Autoritäten. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Nachher kommt er dann an und sagt, ja, ich habe gehört, du hast dich so in der Verbrecherbande angeschlossen. Dann hinaus aus meinen Diensten, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, toll. So. Und vor allen Dingen stand da ja auch, ich denke mal, das war so mehr oder weniger der erste Hinweis darauf, dass man, wenn man eben böse Taten tut, die Leute sich das merken. Und ich bin mir fast sicher, dass hier mit Sicherheit mindestens einer gewesen wäre, der gemerkt hätte, dass wir böse Taten getan haben. Spätestens eben seine Schwester, also die Schwester von Timmy. Die hätte er herausgefunden, wenn wir es ihm verraten hätten. Ja, und nachher heißt es dann überall weit und breit, naja, der arbeitet mit Verbrechern zusammen und der ist ein Lügner. Und dann will keiner mehr mit uns reden. Super. Wenn die jetzt sicher hätten stellen können, dass es keine Zeugen gibt, dann wäre das was anderes gewesen. Dann hätte ich vielleicht auch gesagt, ach, wer ist denn das? Guten Tag, mein Freund. Du siehst aus wie ich am Anfang. Gut, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Habe ich mich jetzt verritten? Ne, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Weiß nicht genau, was das da hinten ist, aber... Timmy müsste hier hinten irgendwo sein. Im Wald. Ich reite jetzt mal mit dem Pferd nicht direkt in den Wald rein. Wir bleiben da ständig überall hängen. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Hier muss doch irgendwo ein Weg sein. Man how yet? Da ist es ja auch schon. So, die Siedlung haben wir schon mal entdeckt. Und jetzt müssen wir nur noch den guten Timmy finden. Schnellreiseort entdeckt. Auch sehr schön. Einmal über den Bach. Hups. Hm, hier sind überall diese komischen Zäune. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier durchkomme. Doch, ja. Hier. Timmy. Timmy. Hups. Ja, mein richtiges Stuntpferd. Ich könnte ja auch einfach den Weg benutzen, aber... Ja, Wege. Wer braucht schon Wege? Oh, hier ist ein Weg. So, der muss ja da drüben in dem Hof sein, höchstwahrscheinlich. Zumindest zeigt die Karte das mehr oder weniger an. Denn, ja. Ich denke, wir sind als erstes hier. Ich sehe zumindest noch keine Schurken. Da sehe ich ein Pferd. Aber keine Schurken. So, mein Freund. Pebbles. Oder ist Pebbles eigentlich ein Hengst oder ist es eine Stute? Hm, gute Frage. Na ja, gut. Wir gehen mal direkt hier rein. Timmy? Du bist Timmy. Du bist Timmy. Hey, Timmy lebt. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Äh, kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Hm, wegen des Massakers. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich mein... Ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja? Aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin ich blöd? Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Ja, er ist ein bisschen einfach. Sagen wir es mal so. Weshalb sollte ich dich denn reinlegen wollen? Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in U-Schütze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße. Scheiße, Scheiße. Was mach ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du Dorf warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's ne Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallemberg. Wenn du von der Burg aus, Hügel, aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu ner Lichtung kommst mit ner riesen Buche. Oder war's ne Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu ner Wegkreuzung kommst. Bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter. Immer zu. Nach ner Weile siehst du ne Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Ja, ich, äh, komm Timmy, ich verrate dich nicht. Ich hab das Gefühl, du bist einfach zu doof, um zu verstehen, was hier passiert. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke. Werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Hm, da hat sie absolut recht, wenn wir das hier so betrachten. Naja, sei's drum. Gut, wir haben die Informationen, wo das Räuberlager sein soll. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Ich habe auf jeden Fall mitgeschrieben. Nein, hab ich natürlich nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Irgendwo nördlich von Thallenberg. Hier. Im Wald irgendwo. So, das nächste, was wir jetzt machen müssen, auf jeden Fall Herrn Ratzig berichten, wo sich das Banditenlager befindet. Und glücklicherweise ist der Herr Ratzig, der ist ja vorhersehbar, beziehungsweise er hat es ja uns auch gesagt, wie nennt man das eigentlich, wenn jemand etwas vorhersieht? Ja, er vorhersieht. Er sieht vorher? Keine Ahnung. Jedenfalls hat er ja gesagt, er ist in einem Lager vor Merhoyet. Das heißt, das macht uns den Weg natürlich deutlich leichter. Der hätte uns doch eben mal helfen können. Wir hätten dem doch vorher sagen können, pass mal auf, Herr Ratzig, da gibt es ein Problem mit ein paar Wegelagerern, die uns auf der Mühle auflauern. Wir wissen zwar noch nicht, dass sie kommen, aber aus einem vorherigen Leben wissen wir, dass sie da waren. Bitte schickt doch mal ein paar Leute rum, die uns helfen. Denn die hatten sehr interessante Rüstung, muss ich gestehen. Und ehrlich gesagt, würde ich die Rüstung gerne haben. Vielleicht bekommen wir nochmal die Gelegenheit, den ein oder anderen von denen zu töten, äh, ja, zu töten, äh, und für Gerechtigkeit zu sorgen und uns währenddessen eine Rüstung anzueignen. Sieh an, hier ist ein Lager. Und das sieht mir schwer nach einem militärischen Lager aus. Ja, hier muss dann irgendwo der Herr Ratzig sein. Die tragen alle ähnliche Wappenröcke wie wir, das heißt, das sind Skalitzer Truppen. Einmal vom Pferde runter, schauen wir mal, können wir hier Kisten knacken? Ja. Aber wollen wir Kisten knacken? Nein. Oh, die Einrichtung hier ist aber auch schön gehalten. Diese püppischen Holzstühle, ein paar Bänke. Oh, noch eine Kiste. Leicht. Ach, was wir nicht alles kriegen könnten, wenn wir Kisten knacken würden, das wäre so schön. Äh, Herr Ratzig? Bist du Herr Ratzig? Nein, offensichtlich nicht. Ist er da vorne im Zelt? Eventuell, ja. Nein. Oder? Wer bist denn du? Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Herr Ratzig! Ich müsste mal mit Ihnen sprechen, ne? Ich habe ein Problem. Da ist er ja. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Hm, der Pfarrer dort ist eigenartig. Ich war ein U-Schütze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen daran. Also wanderte er nach seinem Studium umher, anstatt in seine Gemeinde zu gehen. Er hatte wohl ein recht aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Na gut. Wegen des Banditenlagers. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thalmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Hm, ja super. Ich bin sicher, da gibt es jemanden, der geeigneter ist. Aber ich habe das Gefühl, in so einem Banditenlager sind bestimmt auch ganz viele Dinge, die uns ganz interessant erscheinen könnten. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Wir gib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Tja, wenn er sagt umgehend, heißt das dann, dass wir wieder mal keine Zeit haben, um irgendwas anderes zu tun. Außer, warum pennt ihr hier eigentlich alle? Was ist denn los mit euch? Ihr seid eine Armee. Und ja, toll. Bett auf freier Fläche. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Zwölf Uhr. Oh, Entschuldigung. Zwölf Uhr im Spiel. Das heißt, wir haben eigentlich noch einen gesamten Nachmittag Zeit, um Waffen zu klauen. Ja, wir könnten uns mal im Lager umsehen. Aber du bist doch aus Ratai. Du hast Elbefarben. Hm. Wo ist denn jetzt das Lager? Irgendwo nördlich? Ja, hier oben. Super. Ich hätte zwar gerne noch hier unten das Lager vorher fertig gemacht. Aber na gut, dann werden wir uns jetzt eben direkt dran machen, das Lager zu erkunden. Ich habe zwar die Vermutung, dass es sinnvoller sein könnte, das bei Dunkelheit zu machen. Aber dann werden wir erstmal Richtung Osten aus dem Lager raus. Unerforschter Ort. Richtung Osten aus dem Lager raus, dem Weg nach Thallenberg folgen. Oh, den Aktivitätengeber. Ich bin mir immer nie so sicher, ob das so klug ist, wenn wir hier viel Zeit verplempern. Aber hier sind so viele Aktivitätengeber, die noch so viele Quests da haben. Tja, da frage ich mich dann schon, ob wir irgendwann nochmal zumindest so eine Gelegenheit bekommen, wo uns irgendjemand sagt, ja, jetzt hast du erstmal ein paar Minuten Zeit. Oh, da war ein Schleifstein, den wollte ich mal ausprobieren. Jetzt hast du erstmal ein paar Minuten Zeit, mach mal nicht so hektisch. Beginnen Scherbe. Bis bei 94. Auswählen. So, Hilfe, Tee. Oh Gott. Wenn du deine Klingen scharf halten und dir Reparatursets sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärfen nutzen, wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein und beginne den Vorgang mit E und wähle die zu schärfende Waffe aus der Liste aus. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Mit MMMM wählst du die gewünschte Stelle aus. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Mit MMMM kontrollierst du den Winkel. Mit Leertaste hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du den richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Verbraucht auch Ausdauerdrücke. MMMM für mehr Druck und MMMM für weniger Druck. Korrektes Schärfen erkennst du an fliegenden Funken. Quillt jedoch schwarzer Rauch unter der Klinge hervor, beschädigst du sie gerade. Eine gut geschärfte Klinge ist glatt und glänzt. Oh Gott. Äh, 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 äh. Achso, jetzt muss ich... Äh? Achso. So, 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 so. Und hoch und runter ist dann... Treten, Leertaste. Okay, weniger Druck, mehr Druck. Das fliegen Funken. Eigentlich müsste jetzt alles in Ordnung sein. So. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen rausholen können. Okay. Okay. So. Jetzt müsste das Schwert eigentlich wieder einwandfrei repariert sein, oder? Wir schauen direkt mal ins Inventar. Und wie sieht's aus? Scherbe ist auf 95. Das hat's ja voll gebracht. Na gut, aber jetzt wissen wir immerhin, wie das geht. Es kann nicht schaden, wenn die Scherbe wirklich mal... Äh, oder später... Oder spätere Schwerter... Wo muss ich denn eigentlich hin? Nach Westen, haben wir gesagt, ne? Äh, nee, nach Osten, oder? Bin ich jetzt doof? Wir müssten nach Osten, nicht nach Westen. Ja, ich bin doof. So. Äh, wenn spätere Schwerter mal dazukommen, kann es nicht schaden, wenn wir wissen, wie wir sie reparieren. Hier ist ein Kampfplatz, hier kann man üben. Hüps. So, und schon reiten wir in Richtung Tallemberg. Hätte nicht gedacht, dass wir Tallemberg so schnell wiedersehen. Vielleicht können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen und einen Besuch bei, äh, Herrn Robert und dem... Ich hab den Namen vergessen, leider von dem Burgherrn. Das tut mir jetzt leid, aber... Na gut, wir waren auch ziemlich beschäftigt die ganze letzte Zeit. Da ist zumindest schon mal ein verbranntes Haus. Ich glaube, irgendwann nehme ich mir mal die Zeit und erkunde einfach mal so ein paar Häuschen von denen, die hier rumstehen. Guck mal, was da drin so zu finden ist. So, hier rauf. Dann müssten wir ja Richtung Tallemberg kommen. Und Schatzjagd. Vor allen Dingen, Schatzjagd ist eine Sache, die würde ich gerne spätestens in der nächsten Folge, also... Was heißt in der nächsten Folge? Spätestens nach dieser Quest hier einmal angehen. Denn, äh, wir haben noch vier oder fünf Schatzkarten, die wir mal... Ja, auf Tür. Kann ich die nicht, kann ich die nicht öffnen mit Gewalt? Offenbar nicht. Nun gut, sei es drum. Ja, ich würde gerne Schatzkarten jagen. Wir haben fünf Stück im Inventar, wir haben eine noch dazu gekauft. Das heißt, wir haben eigentlich genug, um endlich mal ein bisschen Ausrüstung zu sammeln. Wir sind mir jetzt gerade nur nicht so sicher, ob man beim Schatzkarten jagen dann Kisten findet oder muss man irgendwas ausgraben. Muss man die Kisten dann auch knacken, weil im Schlösserknacken sind wir bei weitem nicht so gut, wie wir sein könnten. Da müssen wir eventuell mal zu einem Müller gehen und uns da ausbilden lassen. Ist das da unten schon Talenberg? Ja, das ist Talenberg. Ah, Home Sweet Home. Ja, da ist die Burg von Talenberg, auf der wir ja einige Zeit verbracht haben, weil wir nicht rausgekommen sind. Dann könnten wir ja eigentlich auch nochmal in Skarlitz vorbeischauen. Das wird gerade schon so ein bisschen was von nach Hause kommen. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir hier in den ersten Folgen... Ach, da hinten ist der Weg, wo wir entlang gekommen sind, glaube ich, ja. Wie wir hier in den ersten Folgen unsere Zeit verbracht haben und dann ganz glücklich waren, als wir das erste Mal raus durften. Ich erinnere mich, wir haben die Rüstung geklaut, mehr oder weniger, und haben den Typen am Tor bestochen. Ja, ja, nicht besprochen, sondern wir haben ihm mehr oder weniger klar gemacht, warum das wichtig ist, dass wir weggehen. Ja, da bin ich wieder da. Das habt ihr nicht gedacht, oder? Dass ich nochmal wiederkehre. Tja. Was? Worauf soll ich denn warten? Ist alles in Ordnung? Warte, ich will mit dir reden! Ja, was denn? Warum hast du so einen komischen Wappenrock an? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Scarletz ankam, nicht wahr? Ja, da bin ich. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Ja, wenn die Burgherrin mit mir sprechen will... Sprich mit Herrin Stefanie, ja, dann werden wir sie natürlich nicht warten lassen. Das wäre ja Frevel. Und ich glaube, jetzt komme ich ja auch ohne Probleme in die Burg rein und wieder raus. Also, mhm. Aber was könnte sie von uns wollen? Ist denn alles in Ordnung oder ist noch irgendwas Schlimmes passiert? Oder möchte sie eventuell gewisse Gespräche fortsetzen, die damals in Dunkelheit mit Wein begonnen wurden? Ja, ich erinnere mich auch daran sehr gut. Neue Stufe im Reiten. Sehr schön. Da bin ich wieder. Hättest du nicht gedacht... Ja, willkommen. Hättest du nicht gedacht, mich wiederzusehen, ne? Aber so ist das. So spielt das Leben. Ich komme wieder und habe eine deutlich bessere Rüstung als die, die ich hier geklaut habe... Äh, mir geliehen habe. Ich lasse das Pferd jetzt aber mal hier stehen. Ich werde das nicht da vorne in den Stall stellen. Wo ist denn die Herrin? Du bist das nicht, ne? Ne. Ach ja, ich erinnere mich. Hey! Heinrich kommt uns besuchen! Ja! Der Heinrich kommt... Ach, jetzt laden auch endlich seine Texturen. Meine Güte. Wo ist denn die Herrin Stefanie? Hier ist auch noch ein Bett. Hier ist immer noch mein Bett. Sehr schön. Ähm, dann werde ich mal kurz hier raufgehen. Den Wächter hinterher. Sie muss ja wahrscheinlich da oben irgendwo sein. Oder es steht sie auf der Mauer. Guck mal gerade auf der Karte. Kann ich nicht in Thallenberg reinzoomen? Doch, jetzt kann ich's. Äh, A, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Herrin Stefanie? Tja. Äh, stimmt. Das A zeigt gar nicht die Quest von Herrin Stefanie an. Da ist sie doch. Und da sind auch die anderen beiden. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich hörte, du willst mich sprechen. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt kein Funkengeschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist das nicht so? Ähm, ja, ich soll gerade ja auch nur ein Räuberlager auskundschaften, aber eine Dame soll man niemals enttäuschen. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Ja, ich habe das Gefühl, das wird eine lange Quest. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. 19 Groschen für Wein. Na gut. Und was ist mit dem Diadem? Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hole es ab. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit mit einem Rücken? Wo ist das Pferd? Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten. Aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen. So jung und voller Kraft. Ich werde das Gefühl nicht los. Ja. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Herr Robert, hast du auch was zu sagen? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, oder? Das ist jetzt schon ein Wiedersehen nach langer Zeit. Es ehrt dich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Bitte was? Ich bin überhaupt kein Ritter. Ich habe Trophäen. Zeig her. War das das Ohr des Kumanias? Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Das bin ich auch. Herr Robert und Herr Divish war das. Genau, ich erinnere mich. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich wollte nur mal... Ja. Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich? Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Was ist los? Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch dem Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus. Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Stein? Angeblich gab es einen Unfall. Ein Stück soll losgebrochen sein und jemanden erschlagen haben. Aber der Steinbruchmeister schwört, dass das unmöglich ist. Er sagt, er schickt nur die besten Blöcke und ich glaube ihm. Er ist ein verlässlicher und erfahrener Steinmetz. Was wollen die Mönche mit ihrem Verhalten erreichen? Den Preis drücken. Obwohl sie eh schon so wenig bezahlen müssen. Und dann bezahlen sie nicht einmal pünktlich. Oder schlimmer. Schlimmer? Du meinst, sie werden gar nicht mehr bezahlen? Gut möglich. Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen und einen noch günstigeren Steinbruch finden. Und die angeblich schlechte Qualität des bisherigen Steinbruchs soll das rechtfertigen. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Hm, salbadern? Auch ein Begriff, der mir bisher unbekannt ist. Kann ich irgendwie helfen, wenn ich schon mal hier bin? Ich könnte doch helfen. Aber du stehst ja nicht einmal in meinen Diensten, Heinrich. Ich diene Herrn Ratzig. Und er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Denn ich enttäusche ihn nie. Wohl wahr. Du willst also nach Sasa und dich wegen der Steine umhören? Ja. Ja, ich erledige das. Gut. Befrag die Mönche zu der Sache mit dem Stein und spitze die Ohren. Vielleicht reden sie ja über einen anderen Steinbruch. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, sie reden mit mir. Keine Sorge, du stehst in meinem Dienst. Ich erinnere die Leute gern daran. Ach, auf einmal. Spiel gespeichert. Oh Gott, endlich. Entschuldigung, war ich nicht. Begib dich zum Kloster und befrage die Leute zum Unfall. Sprich mit Herrn Dewisch über den Vorfall beim Sarsauer Kloster. Hä? Ach so, habe ich doch gerade schon. Na gut. Ach, jetzt haben wir hier mehr Aufgaben hier abgegriffen, als mir eigentlich ehrlich gesagt lieb ist. Jetzt haben wir so viel zu tun und ich weiß gar nicht, was ich das angehen soll. Ich glaube, das Räuberlager wird auch morgen noch da sein. Die Hochzeit allerdings steht kurz bevor. Das heißt, die Waren sollten wir nicht zu lange irgendwo liegen lassen. Genauso wie mit den Steinen. Wenn wir dann schon mal in Sarsau sind, um das Diadem abzuholen, was wir ja ohnehin machen müssten, könnten wir da ja auch direkt mal die Ohren offen halten. Wobei, jetzt sind wir schon mal hier am Lager. Pass auf, wir könnten das folgendermaßen machen. Wo ist denn überhaupt Sarsau? Ich habe Sarsau noch gar nicht entdeckt. Ja super, das wird wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Merhoyet, Uschitze. Ja, Uschitze liegt ja auf dem Weg. Wir machen jetzt folgendes. Wir reiten jetzt erstmal zum Lager und kundschaften das aus. Ich hoffe mal, bis dahin wird es Nacht. Sonst warten wir eben, bis es Nacht wird. Und wenn wir das Lager ausgekundschaftet haben, müssen wir ja wahrscheinlich sowieso nochmal zurück zu Herrn Ratzig. Das heißt, wir verbrauchen nur einen Abend und können dann von dem Lager aus zu Herrn Ratzig nach Hause gehen. Der ist ja in Merhoyet. Von da aus gucken wir mal, wo Sarsau liegt. Das müsste ja hier unten irgendwo sein. Wahrscheinlich zeigt uns das die Quest letztlich auch an. Dann gehen wir nach Sarsau. Dann gehen wir nach Ratai, holen den Wein. Dann gehen wir nach Uschitze, holen das Pferd. Und gehen dann wieder zurück nach Thallenberg. Klingt nach einem Plan, oder? Wir gehen einmal groß den Kreis entlang. Ich habe das Gefühl, die Kühe da hinten sind gerade vom Himmel gefallen. Gut, wir reiten mal querfeld ein. Wenn der sagt, das Lager sabotieren, dann nehme ich mal an, das wird sowas ähnliches sein, wie das, was wir schon mal gemacht haben. Oder was wir hätten machen können viel eher. Wir haben ja damals den kämpferischen Weg gewählt. Nämlich sowas wie Wein vergiften oder Leute, ja, unerkannt ausschalten. Ich glaube, dafür werden wir die Rüstung ausziehen müssen, denn die ist eher hinderlich, wenn wir uns leise bewegen müssen. Und ein bisschen Dunkelheit wäre auch nicht schlecht. Was würde Herr Ratzich denn sagen, wenn wir zurückkommen und sagen, ja, wir haben das gesamte Lager ausgelöscht, alle sind tot. Kriegen wir dann eine Belobigung oder werden wir dann zum, ja, übrigens andere Frage, warum sagen denn hier alle, oh, das ehrt mich aber, dass so ein Ritter wie ihr sich für mich interessiert. Ich bin doch überhaupt kein Ritter. Also mir wäre neu, dass mich irgendjemand zum Ritter geschlagen hat. Ich weiß, dass ich in Herrn Ratzichs Gefolge bin, aber als Waffenknecht, nicht als Ritter. Da ist das Haus. Hm, oh ja, wir sind in der Nähe. Ja, wisst ihr was? Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir, meiner Hoffnung nach, also ich hätte tatsächlich Interesse daran, das komplette Lager im Alleingang auszulöschen, halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber versuchen kann man es ja mal. Wir gucken mal, wie wir uns da bei Nacht reinschleichen können. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich mit einem hinterhältigen Tschüss.